Herzlich Willkommen zurück zu von wieder Nephi mit Botch, da fixe Spaß, Kunran, Fisk, Dalukat, Juli, Roysel, Gorobai und Schneefiast DO GORO Wir müssen Gorobai einleiten Wer zuerst sieht, dass alle drauf sind, kann einfach runterziehen und Nephi halt schon wieder zweimal Wer wo ist denn Goroboi eskalieren? Wo ist der Boy Du wolltest mich doch töten Du wolltest mich doch hinterher, Alter Juli, ich hab Juli getötet hier oben übrigens, ne Ja, es ist GORO Wir haben nur noch zwei Traitor Weißt du das? Weil wir auch nur noch einen Dete haben Aha, als ob Kannst du mir mal Juli callen Hier drin Pixel, hier ist er drin Pixel irgendwo hier im Raum Was? Juli soll ich markieren? Warte mach ich Hier hat einer ein anderes Device Oh 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 Ich glaube damit Ich glaube damit bin ich gerade Badale vorbeigelaufen Ja, oben Aber ich glaube war es nicht wirklich Krieg Es kann nur deine Oh, zwei Credits Ey, yo, Pixel for the save Ja Ja, es ist doch nur noch GORO Juli ist schon tot Achso Juli ist einfach treuer gegangen Naja gut Wo bist du? Ich hör dich Und dann taucht er wieder Und dann ist er wieder da Und dann ist er Tod Ja, da ist er noch Ja, hast recht Jetzt nicht mehr Woll grad Lebkuchen essen, GORO Was? Ja, aber ich hab ja gewusst, dass du in dem Device bist Ja, genau Hä, ich hab doch die ganze Zeit nach dir gesucht Wenn einer von den Toten mir zugeguckt hat Ich hab in alle Ecken geguckt und so weiter Wegen dem Weil ich den Namen gesucht hab Und die ganze Zeit hörst du Jun, 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 Jun Das Badezimmer? Ist das immer tödlich? Das ist der Falle, ja Nein, nein, wenn du Traitor bist nicht Ach, Mann Das ist halt Traitor ist das so ein Heimgang Das ist der Traitor Room Das ist nämlich eigentlich der Traitor-Test auf der Map Achso Lass dir nichts erzählen Lass dir echt nichts erzählen, ey Ne, mach ich auch nicht Weil ich war ja nicht Traitor Bin trotzdem gestorben Ja, genau Lass dir nichts erzählen Ich bin ja auch tödlich Als Traitor nicht Was macht die hier im Räumchen? Sagt die, die eben Oh, ist einer gestorben direkt GORO Was? Wer? Was ist passiert? GORO ist safe Wie ist Bots da gestorben? Ha, ich hab die Kaffeetasse Er hat das fast geworfen In der Sekunde hab ich's abgeschossen So Oh Bitter böse Hey Bist du Traitor? Bist du Traitor? GORO? Bist du bescheuert? Einer von euch Wow Rache Was war das denn? GORO Ja, wenn GORO so ein random shit macht Ich wollte grad das Fass entschärfen Ja, auf mich hast du's geworfen GORO Das gibt ein paar Propkills jetzt Ich bin heute in Form Das gibt ein paar Propkills jetzt GORO in Form Aus dem Müll hab ich den in Form Das einzige was GORO ist, ist informiert Ist da jemand mad? Hör mal Hör mal Hör mal Hör mal So, wo sind die Props? Wo sind die Props? Oh great Nächster Dein Tag Na, 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 na Bis wieviel Karma kann man runter? 600 Euro Dalo war doch vorhin nach 400 Ich bin ja auch so Admin Du kannst dich ja selbst bannen Was macht ihr mit dem Stuhl? Hey Meine Ich hab sie zuerst Wurde verletzt Überhaupt nicht Dalo ist es Wer hat den Detektiv Schaden gemacht Botstar Ja Haut mit Stuhl herum Ekel Ekel Ich wurde auch getroffen Das war ekelhaft War Sprühschuss Jota ist killed Richtig schlimm Pixel ist tot Pixel ist tot Pixel ist tot Hey warte mal, GORO ist hier hoch geflogen Wuuuuh Geh weg Ich hab an den Zielworten Botstar, geh weg da Ey, Judy, hau ab Was? Was macht ihr denn? Das ist nicht Was passiert mit Botstar? Hat jemand tot Nalo ist auch tot Was passiert denn hier? Ich hasse ihn, Judy Was hat er getan? Er hat sich ins Feuer gestellt Welches Feuer? Meine INSI Ja Habt ihr Schneevieh schon? Bad Karma Kunran ist es auch Und Nephias Juli, Kunran und Nephias Mach die Tür zu Da ist Juli Mach doch nicht die Tür auf Scheiße, falscher Knopf Das ist doch eh Schneevieh Ich hab C gedrückt statt X Haha Wer ist es jetzt noch? Nein Fyss, wieso ist denn das? Oh, wieso? Kunran Ich bin's auf jeden Fall, Mann Ja, Fyss ist es Ja, ich bin's Guck mal wie Juli da liegt Nein Pew, pew, pew Hehehe Hehehe Totgeprügelt Oh, das Karma-Goro Ne, warum schießt du mich auch an? Ey, ich hab mich voll erschrocken, ey Zum Glück war's kein Headshot, ey Weil du nicht gewonnen hittet hast Ja, aber ich weggezogen hab, ey Du bist ein Arsch, Grants Du warst der erste Arsch Aber Grants hat 999 Ich hab nur Spiegel gemacht Oh, ich bin ja noch nie drauf gesponnt Und ich hab Doppelspiegel gehabt Ne, Doppelspiegel muss er jetzt kommen Weil da glaub ich mich auch voll erschrocken Er kommt um die Ecke, ich so Oh Bin sogar extra gespungen Bitte lassen sie mich durch Ja, aber es war eine Millisekunde zu spät, ey Hier bleiben Freunde Habt ihr schon gesehen, dass wir Chucks tragen? Echt? Ja Mörderpuppe? Echte Converse, oder? Ja, sogar mit Stirn Ne, wie alt Was? Was gibt's da oben? Warum? Wo geht die Kamera? Es ist Pixel Er wollte mich sprengen Ich such Grants Er brennt Burning Man Burning Man Hier ist es, Juli ist es Da Juli ist es Juli ist es Juli Wo ist die denn? Ich glaub er ist es nicht Aber wieso wollte er mich tun Ich renne Ich renne weg Ich renne weg Das ist der Grund Da, ey, wer ist da rausgerannt? Fisk ist es Ne, nein, 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 willst du bescheuert? Fuck Hä, warum tut Es ist Fisk Wieso brenne ich? Wieso brenne ich? Warum, Nefi? Ich zünd andere einfach mal an, die auffällig sind Das Feuer der Rechtschaffenheit werdet euch holen Ja, ist so Warum hast du Ha! Drache Lol Ja, ist Juli die letzte oder nicht? Ja Juli, wo bist du? Wo ist Juli? Was war das denn? Warum ist der so leise auf einmal? Hast du's gesehen? Was? Juli Juli hat einen Holzkopf Wo ist sie? Ich hab grad einen Backstein an den Kopf bekommen Das hat einfach nur so plapp gemacht Ist sie hier drin irgendwo? Ne, da oben Auf dem ersten Turm Ich bin hier versteckt Jetzt kauft sie grad ein Ich schieß sie mal in den Arm Ja, sie sieht mich eh nicht, ey Unsichtbar Auf dem linken oder rechten Turm von außen aus? Juli, tanz Dalu, ey Wow Auf welchen Turm? Auf dem anderen des Pixels Auf dem anderen des Pixels Auf was? Nicht so weit oben Ganz oben, achso Die kleinen Türme Alter, hau Oh nein Oh nein Oh, bin ich gefallen Wo war das? Wo war die denn? Keine Ahnung Wer ist jetzt mit dem Fass hier runtergefallen? Er ist ohne das Fass runtergefallen Ja, durch das Fass Was? Oh nein Oh Gott Nicht sterben Ich werde jetzt mal Judy abschießen Die läuft jetzt da unten rum Wo denn? Wo läuft sie? Unter, unter meinem Baum An der Hütte Da wirst du Unter meinem Baum Oh nein Oho 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 Wie müssen die Meister zum Freien? Nein Ich glaube ich hab sie gesehen Oho 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 jetzt sehe ich nichts wegen dem ganzen ist doch auf kopf kopf habe ich nicht gesehen kommt schon schon wieder schafft den kopf ist immer oben montezumas rache trifft dich heute nacht so hast du es auch gemacht wenn wir zwei weiter sind dann hast du dann ist okay aber sonst ja ich mach dich sogar mit der kommt wieder runter ich gucke genau wo und trifft die druck aber es hat mir kein leben abgezogen mein kopf ist halt halt auch tödlich enden können nur dann in-game kennen wer weiß damit habe ich nichts mehr zu zogen selbst ist schon wieder einer gestorben oder direkt koro ist es er schießt wieder auf mich freunde grans klingt immer so ängstlich ja weil koro mich fertig machen will in dieser folge ranz ist so ängstlich das ist psychoterror der könnte auch sein ja das ist wie in der letzten folge von game of thrones in der letzten folge nicht verantwortlich ist und dann bleibt mal stehen der hat eben er hat geschoppt hat geschoppt na was machst du und dann hat geschoppt hallo ist tot warum ist er runtergefallen ja er wollte mich coopern wer will das nicht aber dalo hatte doch einen flopper schauen wir nicht vielleicht hat er sich geprobt da oben oder so ich möchte bei denen glaube ich die asker nicht aufheben jetzt ist schneefias leute warum bin ich ja ziel auf mich ja ich aufheben sagt wenn er schießt da war das silenced aber b aber b ab der granschung so schön eigentlich einmal fragen an die trader was ich will den asker nicht verstanden ich mach dich trotzdem rüber und nicht ihm das ist auch grans wo ist goro leute goro fisk ist es nein genau hallo fisk hallo pixel bist du es nein sei ehrlich hallo ist es schneefias nein habe ihn ich habe pixel gemacht ok dann ist es nefi ja ist es auch nefi und botzer hey goro gehörte und mir ich wollte ihn grad machen vielleicht ich spring nochmal auf ihn h j resemblich Ich will mich jedes Mal mit irgendwelchen Props erwischt, ey, das gibt's doch nicht. Kundran ist immer auf der Mauer. Auf der Mauer, auf der Lauer. Das ist ja wie in der letzten Folge von Game of Thrones. Wie bist du eigentlich gestorben, Dalu? Oh! Wurde natürlich erschrocken. Du bist nur mich beeilen. Du bist einfach von mir runtergefallen. Ey, hast du da vorne eine Pixel getötet? Jawoll. Mit der Diegel im Laufen. So, warte, da ist Go, ne? Am besten war der Kiel an Daniel. Hallo ist runtergefallen. Was ist da passiert? Aber da stand doch AWP drin. Ja, warum sagt der keiner? Ich glaube, du könntest den Flopper nicht aufheben, weil du den Flopper getrunken hast von mir. Nee, aber der Detective kann den doch auch haben. Ich wollte den Asken auch aufsammeln, aber der war schon weg. Vielleicht war der einfach irgendwie gebackt oder so. So Leute, falls ich es werde... Soll ich denn einen Flopper trinken? Äh, dürfen wir dich töten? Ja. Okay, ich hab keinen Flopper getrunken. Fisk, bleib stehen. Das merkst du meistens gar nicht. Fisk, wo bist du hin? Nicht in deiner Nähe. Hi, Little Pony. Jetzt hat schon wieder einer gezibbelt. Ja, ich züffel. Ha, das Tor wurde zwar... Ich kann komischerweise nie irgendwelche DNA Scanner aufheben. Du bist immer Traitor. Ich bin immer Traitor. Hey, hallo! Vorsicht da unten! Oh Gott! Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht! Oh, das Prop! Das hat uns gerettet! Das Prop hat... Hey, Pixel schießt auf mich, oder? Nee, Goro schießt. Achso, okay. Das ist was Persönliches. Ja, richtig. Diese Folge ist uns erlaubt. Das ist das Problem. Oh, 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 oh. Hey, geh weg! Ich will nur die Waffe hier! Alter, wie knapp das war, dass ich auch nicht drauf... Ist es Goro? Ja. Er hat auf mich geschossen. Echt? Ja, ja. Pixel ist es! Also Goro hat in der Tat auch. Juhli! Pixel hat den Türrahmen. Nein, der war es nicht! Musst du voll oft auf seinen Kopf schießen, bis wir er was hier wird. Aber wieso hat Goro auf mich geschossen? Goro! Was hast du getan? was hab ich damit hier kunran gehen wir da runter da liegt fixe spaste ja der müsste sehr guter sein ja keine punkte mehr ja dann wer war werden konnte danke wer hatte drauf geschossen dann war da halt shoppen aber ich habe jetzt auch keine alten zu nehmen auf weil du schon getötet hast nein du hast ihn geboxt jetzt echt nicht keine ahnung habe ich nicht getroffen sogar mit der insel mitgenommen hast das messer ist an ihm vorbei geflogen fixe hat den türrahmen bug unbewusst benutzt er hing an der leitung auf seinen kopf der sagt die ganze runde nichts hier spannert da oben runter ein hp fest das problem mit dem türrahmen bug also ich wollte den ersten mal nicht nutzen und zweitens habe ich dich auch nicht getroffen also von daher war das wie du an der leiter hingst natürlich wollte den nicht nutzen den will ich auch nicht nutzen der türrahmen bug hat sich einen schuss gelöst es hat sich plötzlich einen schuss gelöst wenn du dann weniger schaden nimmst den türrahmen nutzen wir doch alle dieselben waffen wenn so viel verboten ist alle die gut war das jetzt für ein seitenhieb ich glaube nicht niemals das wird mal trader werden hey 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 sagte der traitor sagte der traitor hier botster fuck ich habe eine insel in der hand ich hoffe da unten war keiner ich stehe tot ich stehe tot das sind keine ganzen hä als Dete was macht Konran hier drin im kämmerchen ooooooh und was macht man da beim laufchen ooooh 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 Wer ist denn jetzt? Bestimmt Dalu. Wie immer, ja. Dalu muss es sein. Der hätte Julia schossen. Nice. Der hatte kein Leben mehr. Das Motion geht gar nicht mehr. Ich wollte dir nicht gönnen, dass du mich kriegst. Habe ich mit dem Baby Goro und Dalu erwischt? Ja. Nice. Echt? Ja. Goro kam gerade leider die Leiter hoch. Cockblocker. Die beiden passen halt zusammen. Corki? Das hast du gesagt? Corki. Was ist eigentlich mit Corki? Okay, Fist wollte mich prop killen, es gibt Rache. Das klang wirklich so, als wenn jemand ... Kunran ist es! Wir sind in Traitorgang gegangen. warum hast du julie auf die füße geschossen ich habe nicht einmal geschossen nein du immer einmal mehr als ich war immer einmal mehr als nevi es ist ja ich weiß es nicht mit klein gedruckten hey wer schießt auf goro ja ich weil er auf mich geschossen hat wieso habt ihr denn jetzt nevi erschossen ihr habt doch nicht gesagt nein ist es hallo wer geht hier ein stübchen unglauben im stübchen möchtest du dabei sein ja gut ich triff sie nicht julie rasiert ey du läufst da oben rum der wollte mich gerade abschieben wie oft er dich abschießen will ja werf eine brand nach ihm alter pixel spaß zielt auf den detektiv ich habe geguckt wer da steht das ist nicht pixel fisk muss noch irgendwo rumlungern fisk ist doch eh immer ganz oben hallo fisk vorsicht ich habe flopper junge knall doch ab ich bin in sie er ist in sie ok er ist in sie ich werf eine in sie da kommt hier nämlich nicht raus gefährlich er hat sich hier in diesem einen zimmer einbarrikadiert ich glaube er ist es nicht da ist er oh gott ich spring runter das ist aber schon die ganze zeit er schießt immer noch wie euch der gegenseitig ist unglaublich ist unglaublich damit muss pixel euch doch gehen ja eben macke um fisk baut seine barrikade wieder auf alles oder nichts los da du geh ganz nach oben spring auf meinen kopf und geh dann so von hinten rein frau ich nicht ich beende die runde gleich ich bin in sie 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 und ich bin disco los töte mich ich bin der schaschlik und der erste form ist töte mich taschenbillard mit gore heute abend gore und julie können ja nur in der harzdown spielen gehen ja doof dass nur ich lache und nur ich den winzer stehe ja auch recht dumm go ah kundran ich weiß jetzt welches lacht du meinst mit was julie war ja auch da an dem arbeit das ist immer dabei ich wollte gore sprengen ich wollte nur gore sprengen ja das ist ok das darf er geht in den sark botch da botch da botch da oh julie nicht hier sind überexplosive fässer du wirst das bereuen wenn du mich vor ha 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 die ganze kanalisation ist der andere das war guru hier habe meine sache erledigt bei sache erledigt ja ich bin in ist noch übrig hier ja in der tat der tat dass ich diese zahnwerbung die stammt nein es ist niewerten flopper vom haus gesprungen muss er jetzt unten sein ach du standest da man muss nur noch hier den dalu erwischen aber der kriegt nicht nur ich war auch extra zu die gewinnt obwohl ich eine shotgun habe oh der nefi keine chance gegen nefi hat nefi wieder einfach unmöglich ich war ja traiter doch geht muss mit magnetos wir hätten abhauen können das tor war die ganze zeit das war unsere chance endlich vom server runter zu kommen das ist schon wirklich komisch ne acht leute sind hier gefangen auf einer map und töten sich gegenseitig die storyline ist nicht so geil geile storyline leute das ist unglaublich wer eskaliert da wow 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 der eskalator wurde angeschlossen der eskalator ok es ist Juli Leute ja Pixel wurde angeschlossen Juli Juli ist es nicht in diesem leben ganz oben welcher links oder rechts links link ok ich glaube Nathan ist tot er ist die ganze Zeit im feuerschauen ich habe es nicht gesehen bei mir ich glaube es war Lee du bescheuert ja ich habe es nicht gesehen ich habe es nicht gesehen ja jetzt noch muss ich noch Coon dran fertig machen ach das kam doch oh nice da wollte ich dich flop einen Tschau Leute Ciao Ciao